Guten Tag, geht es hier zu Jehovas einziger Organisationer werden? Da wollen sie nichts von wissen und warum tun sie nichts dagegen? Sie meinen Kopf in Sand stecken funktioniert, ne? Jehova merkt nichts, der ist doch blöd! Geht es hier zu Jehovas? Jehovas einziger Organisation auf Erden und der massenhafte Kindesmissbrauch, wie passt der? Und dann lest ihr schwarze Messen wie die Satanisten? Wie passt das alles zusammen? Hallo, geht es hier zu Jehovas einziger Organisation auf Erden? Passen Sie auf Ihr Kind auf, ne? Auf jeden Fall! Die machen das nicht öffentlich, das machen die heimlich! Ja, da hilft Grinsen auch nicht! Da müsst ihr was gegen tun! Aber ihr macht nichts, ihr lasst es laufen!